Servus heute gibt es wieder eine Folge Minecraft Odyssee ich bin ja gerade runtergefallen Prozent beziehungsweise ich hab gerade eben vergessen aufzunehmen als schon angefangen hatte wir haben es gerade hier mit mir danach in der letzten Folge habe ich angefangen das Haus weiterzubauen ich angefangen weitergemacht das Haus weiterzubauen was gerade los egal Prozent was ist das ja war so Cousins ich habe ja komm ich bleib mal ganz ruhig jetzt hier ich bin dabei ich würde sagen die Nacht verbringen wir unten und gehen ein paar Monster einfach weil das halt besser ist ich würde ja pennen aber das wäre dann schon irgendwie verschwendet heute will ich ich habe kein Mann was heute machen möchte ich wollte heute auf jeden Fall nochmal über Limbo reden ich hab das Projekt jetzt einfach ist das der Rest vollkommen irgendwann bin ich ganz ehrlich mit euch ich sollte regenerieren die kommen irgendwann wenn ich mal keine Videos habe weil es ist mir dann doch zu schade weil das ist halt nicht so gut bei euch angekommen ist weil sie hat es halt nicht so Bock auf die Videos hat man anhand der Aufrufe gemerkt ich meine nach zwei Tagen zwei Aufrufe ist sehr sehr schlecht und deswegen dachte ich mir einfach herkommen wenn das eh kein interessiert dann 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 habe ich zwei Aufrufe gesagt ich meine fünf Aufrufe dann dachte ich mir ja komm dann scheiß drauf morgen geht ja dann eh das neue Projekt los da freue ich mich schon und und bald drauf dazu bin ich gerade noch dabei wieder Lex spielt random games weiter zu machen beide aufzunehmen in dem ich eben Prozent neue Spiele Kartraus suche um und dort arbeite ich aktuell an in einem Intro für die auch für die verschiedenen Spiele und und ja ich könnte mich jetzt mal alle in Ruhe lassen und ja Prozent also Limbo es ist nicht abgebrochen aber die nächste Folge kommen dann eben erst wenn ich wirklich kein Video habe aber aufgenommen werden soll ich habe jetzt auch erst mal zwei Tage oder so nix hochgeladen einfach weil ich Prozent weil wir haben ja einen Garten und wir waren sehr viel im Garten und dann hatte ich nicht so die Zeit aufzunehmen dann hatte ich sogar ein Video hochgeladen war dann auch hochgeladen hochgeladen war dann auch ein bisschen angefressen dass eben Limbo so wenig aufrufen nur hatte als solches den Klicks ist ja recht egal aber ne ist ja verständlich dass das nicht so geil ist okay nein nein k k weh du sprengst sich in die Luft bis sind ich habe auch immer gehört und ich war schnell die die wir haben angefordert aber das ist ja alles sei zu schlimm er ja wie gesagt die bist du da hoch gekommen komm runter na komm runter komm dann stört halt da oben so äh dementsprechend ich war wie gesagt am 22. also morgens soll ja das neue Projekt online kommen ob es dann auch wirklich kommen wird ist die andere Frage es liegt aber nicht daran dass ich nicht weiß ob ich das Prozent fertig geschnitten bekommen sondern um es liegt ganz einfach daran das Prozent ich um das ja erst mal aufnehmen muss dazu noch schneiden muss Yoha um und welches dann geschnitten da also nicht und wenn ich es dann geschnitten haben Hochland von der machen alles rund dran ähm dazu wird das wieder was mit VR zu tun haben ja ach komm ich sag's jetzt einfach und zwar ähm kennt ihr ja vielleicht habe ich sogar schon mal gesagt ja genau dass es um Teams geht habe ich schon mal gesagt da kann man Spiele Dingsen und ähm genau darum wird's gehen dass ich eben ein eigenes Spiel erstelle aber nicht eins was ihr dann spielen können nur so so wie Robert stark sondern ein bisschen anders keine Kiste ein bisschen anders und zwar werde ich weil ich ja vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt hab keine Ahnung ähm weil ich ja kein Relief-Kontest machte ähm werde ich in Anführungsstrichen Relief-Content dort drauf machen in Teams in VR ähm werde ich was geiles bauen ähm beziehungsweise nachbauen in VR und dann kann ich Dinge wie eine Roomtour machen und zwar werde ich werde ich mein Zimmer eins zu eins nach dem selben Maßen beziehungsweise unsere Wohnung nach dem selben nach dem selben Maßen nachbauen und euch dann nicht geile Haustour Prozent geben wie und überall stehen auch die Müllbeeren und so und das dann in VR in Teams und dann nicht geile Boomtour wo ich da selbst rumlaufen kann dann kann ich das ist ein bisschen train train mein Klo ich kann dann virtuell während ich bei mir zu während ich zu hau bei mir zu Hause sitze kann ich virtuell bei mir zu Hause rumlaufen es ist ein bisschen komisch aber ich werde es auf jeden Fall machen und dann kann ich ja noch mehr machen und Prozent Lecker Lecker war so richtig richtig geiles auf euch zu ich freue mich da und da war jetzt drauf das wird alles wird das wird wirklich auch ein bisschen dumm um und die Haustour das ist noch mehr noch noch und was kleines im Gegensatz zu dem was da noch alles kommen wird und so es wird einfach einfach Hammer 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 geil dazu dadurch ist das Prozent Limbo ja jetzt erstmal nicht kommt wie gesagt ich denke mal so in spätestens zwei Wochen ist dann für die dies Jahr dann doch geguckt haben sind dann auch die letzten paar Folgen online ist noch drei vier oder so um und die kommen dann auch noch online aber dadurch dass jetzt eben auch Limbo weg ist um es klingt zu böse aber dadurch dass jetzt Limbo halb zu Ende ist um fange ich dann auch bald mit den Streaming-Projekten an und was ich ja mal sagte das ist das ist da eben Journey durchspielen werden das Spiel geht ja nur eine gute Stunde das werde ich dann mit euch im Stream durchspielen um und auch da noch ein bisschen Secrets Suche und so natürlich alles On-Stream dazu wird Lex Speed Random Stuff weiterkommen da pack ich euch einfach mal eine Playlist am Ende in den Abspann in die Endcard rein könnt ihr euch auch gerne mal angucken also es war es wird geil ja aber vor allem eben auf Teams freue ich mich extrem dann wird er auf jeden Fall FIFA Content kommen in Zukunft ich hab den Kanal ich hab meinen letzten Kanal aufgehört mit den Worten ich möchte FIFA Content bringen und hab mir aber oha hab mir aber dazu nicht die passende Community aufgebaut sage ich mal beziehungsweise eben ich hab mir halt eine Fortnite Community aufgebaut ich bin auch damals auf Fortnite umgewechselt äh ich hab mit FIFA angefangen bin auf Minecraft gewechselt wieder auf FIFA zurück dann zu Fortnite zurück auf FIFA und dann eine Mischung aus beiden beidem gemacht und äh ich will halt wieder FIFA machen aber eben nicht als komplettes Ding weil ich halt damals gesagt habe ein fettes Projekt zum Beispiel ein Spiel ist das Hauptspiel und das konnte ich aber nie durchziehen das ist ja hier so dieses Ding also ihr werdet hier wenn ihr Paladins kommt Paladins kam ja jetzt äh dann wird Paladins auch irgendwann weiterkommen aber äh ja ich ich bin halt immer das worauf ich gerade Bock hatte ich hatte Bock auf ein Horrorspiel war dann Limbo am Ende nicht aber am Ende habe ich dann eben Limbo als Horrorspiel sage ich mal gespielt ich habe auch auf FIFA kommt bald ein FIFA Projekt was dann immer kommt immer mal kommt ich hatte Bock auf Minecraft Odyssey kommt halt Minecraft Odyssey das worauf ich Bock auf kommt halt und ich spreche das wirklich nur ab wenn das wirklich überhaupt so wie Limbo was er jetzt nicht abgebrochen ist ich hab das jetzt schon mehrfach erklärt ähm wenn das wirklich überhaupt gar keine Aufrufe hat und ein Daumen nach oben und keine Kommentare und nüscht äh ja aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie gesagt Paladins bringe oder so und dann mal zwei Wochen kein Paladins kommt oder drei oder vier Wochen dann heißt es nicht dass nie wieder Paladins kommt das ist halt bloß einfach weil das kein festes Projekt auf meinem Kanal ist alles was richtig feste Projekte sind ähm das wer das findet ihr unter äh ne was nicht feste Projekte sind das findet ihr auch unter Lex spielt Random Stuff ähm da ist jetzt Paladins zwar zum Beispiel nicht drin also Paladins hat eine eigene Playlist das äh liegt aber auch ganz einfach daran dass ich viel Paladins gemacht habe ich glaube irgendwie ich hab zähl dazu auch die Stream-Eylight-Videos ich glaube zwei Videos zwei, drei Videos und äh drei Streams oder so und dazu hatte ich noch viele Videos aufgenommen so das ist erstmal die erste Etage aber das hier wird ich bin ein Vollidiot ich hab alles in Stämme umgebaut gut ich geh wieder fahren äh und ich hatte auch schon sehr viele Paladins Videos aufgenommen äh aber ja irgendwann kommt wieder Paladins und irgendwann kommt auch wie gesagt wieder Limbo und dann eben die restlichen Folgen und falls dann irgendwann Minecraft Odyssey vorbei sein sollte was noch eine Weile dauert weil ich will ja auf jeden Fall irgendwann ein ottenliches Haus stehen haben hehehe und eine ottenliche Insel und eine ottenliche Welt und ein ottenliches Inventar und die Bosse besiegt haben mindestens den Ender Dragon und Wither ähm der Wither soll dann so dieses dieser Endkampf sein so dieses Ende und selbst wenn ich dann alle Ziele erfüllt hab geht's danach ist es danach ja trotzdem noch nicht zu Ende ähm Minecraft Odyssey ist einfach so ein Projekt was ewig gehen kann und selbst wenn das dann irgendwann vorbei ist dann kommt trotzdem noch Minecraft und wenn dann irgendwann das erste FIFA Projekt vorbei ist dann kommt trotzdem irgendwann wieder FIFA und na das ist ebenso auf meinem Kanal also hier kommt immer irgendwas das worauf ich grad Bock hab und ich habe halt keine feste Spielgruppe sage ich mal äh genau und wenn ich halt ein Spiel von Robert Stark spielen möchte dann spiel ich auch ein Spiel von Robert Stark ähm ich wette man hört den Hund so krass schnarchen im Hintergrund und ja aber ist ja auch egal ich war auch immer noch auf das Update von Cube The Game Robert Stark sagt immer nach der zweiten Folge von wegen ja er wird erarbeitet direkt an den neuen Level ähm so dass ich direkt äh weitermachen kann in ein paar Tagen ja wir hatten auch was geiles geplant das hat er irgendwie vor fünf Wochen oder so gesagt das sollte er ein Programm für dafür machen das starte ich dann ohne sein Programm äh da hat er gesagt das dauert zehn Minuten fünf sechs Wochen später ich hab's immer noch nicht hehehe äh aber ja ist ja auch egal hehehe ja aber ich freue mich wirklich krass auf morgen aber ob dann morgen die neue Folge kommt weil ich muss ja erstmal äh ich weiß ja nicht ganz ob ich euch äh dazu hole also ob ich ähm irgendwie ein livestream mache oder heute ein Video wo ich gerade äh das alles baue äh in Dreams weil es wenn ich irgendwie streame oder so oder das aufnehme und dann vorher schon eine Folge aufnehme ähm dann seht ihr ja schon wie alles aussieht und das ist ja dann auch nicht das geile ist das soll ja dann überraschend sein und so äh na ihr wisst Bescheid so auf jeden Fall muss jetzt erstmal das hier alles ab also ich weiß es noch nicht dann werde ich auf jeden Fall VR testen in Dreams gucken das wird wahrscheinlich dann das erste sein in Dreams während ich an dem an meinem Zuhause arbeite an meinem Zuhause arbeite wird dann äh werden andere Videos kommen wo ich die ersten paar Spiele teste die ersten Spiele in VR-Worlds VR-Worlds VR-Treams meine ich VR-Worlds wird auch noch irgendwann kommen wo ich dann eben gucke okay ähm wo ich noch die restlichen Spiele ausprobieren weil wir hatten auch nicht alle so so für die die das nicht gesehen haben ich packe ja immer am Ende meiner also in meine Endcard kommt ja immer ein Video eine Playlist und eben ein Abo-Button auch perfekt und äh ich packe euch da einfach mal VR-Worlds ein Video rein und äh was ich vorhin gesagt habe ist Next Street Random Stuff packe ich euch da einfach rein vielleicht seht ihr die Endcard auch gerade schon eingeplandet denn das Video ist vorbei wir haben nein nein ihr seht es noch nicht ein doch nein äh ja äh ich hoffe es hat euch gefallen ihr habt die Endcard nicht eingeblendet gesehen ihr seht sie jetzt oh mein Gott voicemail ihr seht sie jetzt und äh äh ja tschüss äh